Hallo, mein Name ist Matthias Küffner. Seit knapp zwei Jahrzehnten bin ich Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Mustikranke. Als betroffener Mensch weiß ich die Unterstützung und die Beratung des Hilfsmittelzentrums sehr zu schätzen. Nicht nur im Streit vor den Kostenträgern, sondern auch bei der Beratung der Vielzahl der Hilfsmittel treffe ich immer auf kompetente, offene Ohren. Meine Erfahrungen, die ich als Betroffener täglich erlebe, versuche ich nun seit 14 Jahren erfolgreich in den Mundelvorstand einzubringen. Als Vorsitzender des Fördervereins der DGM, die DGM Muskulatur e.V., versuche ich möglichst viele Spendengelder zu erwirtschaften, damit sie in die Forschung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit für eine bessere Zukunft muslikanter Menschen verwendet werden können. Happy Birthday, DGM! DGM!